Und mit dem Klingenden Poker kommen, melden wir zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Poker Go! Ja! Die letzte Folge war jetzt 10, das ist die 11. Ähm... Ich muss jetzt die letzte Folge umbenennen. So, das ist Folge Nummer 10. In... Orden... NR... 3. Das heißt, die die gerade auf... Das hat die die gerade auf... Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal Richtung unserer Trick City. Oh geil! Stopping sound! Was? Kleinen Doppelkampf? Boah, ich dachte im Bock. Was ist die... Schlappenboppelkampf? Oh... 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 25 Nice Nice Gegengeb Für unser Blut Oh He took He took He took He took He took Nice Oh He took Ja, 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 ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das eigentlich die Folge macht. Ich glaube, maximal eine halbe Stunde, weil ich einen Termin habe, um 30,40. Ich glaube, ich bin halt Autophäde. Ja, ich glaube, sie können auch ein Tier erkennen. Ich bin halt seit knapp zwei Wochen viele Kriegmeißen ab. Finde ich auch geil. Ich könnte da auch was mit der Bankskraft und dann auch Krieg spielen. Ich kann das aber, ich muss Treppenlaufen gerade, ich kriege das gar nicht viel. Die Fallen? Okay, ich weiß, die Falle. Die Falle, die Falle. Das ist nice! Ich bin nicht gut, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Gut. da aber wenn ich Die Katzen mehr! Die Katzen mehr! Die Katzen mehr! Die Katzen mehr! Übernimm gar nicht mehr Warmeckers! Das Katzen mehr Gönnen! Ja... Ich weiß noch nicht mal aufs... Äh neun... Äh... Äh... Ich hab noch kurz gehen, ey! Nee, vegan... Burger da, ich... Äh... Oh, was gehts mit dem Glas? Boah... Ja, das sieht richtig krass, aber das sieht mega geil aus. Heute bei Level 2, ja. Oh, das sieht mega krank aus der Blurra. Heute bei Level 6, Blurra. Ladevorgang, lädt sich auf, aber auch. Und weg. Loll einfach, Loll. Noch ein Beuteballer, ja. Wir haben das Ganze mit Blurra. Loll! 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 Ich kann dich immer nicht angreifen, nein! Tackle! Wieso kann ich nicht angreifen? Ah, ich hab' Ich hab' noch einen Ball zu sein, ich hab' noch einen Ball zu sein, aber ich hab' noch einen Schleck-Lock-Programm gemacht. Ich finde es wirklich krass, dass Mac jetzt wirklich einen wirklichen Begabendorger ausgauert hat. Ich habe jetzt schon immer viel mehr als die Digitalen dabei. Und die Mitarbeiter sind ja auch immer wieder. Oder wir haben ja immer mehr gegründet als die Digitalen. Genau. So. Lol. Alles klar, lol. Jetzt macht er ja auch. Das wäre es gewesen zu brauchen. So. Ja! Ich werde es rum, Guck, redakt. Ich werde es noch mehr auf dem Weg geben. Ich bin schon mal auf jeden Fall, ich bin schon mal auf jeden Fall. Ich bin schon mal auf jeden Fall, ich bin schon mal auf jeden Fall. Diese vegetarischen Burger, die ja auch mega geil sind. Was ich auch schon mal probiert habe. Das ist wirklich mega geil. Aber diese vegetarischen Burger sind einfach... Ich bin schon mal auf jeden Fall, ich bin schon mal auf jeden Fall. Ich bin schon mal auf jeden Fall, ich bin schon mal auf jeden Fall. Oh, Magma. Oh Gott... Komm! Kommt euch jetzt! Na und ich bin jetzt auf jeden Fall. Jetzt treff und ins ... One-Shotting. Eins-Shotting. 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 Guck mal. Boah. Und wie viel denn hier in der Fall ist. Du bist ja auch geblendet. Ich glaube, wir waren die nach einer Motifolge auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mechis halt, also wenn es ein paar mit Burr gibt, was ihr dann eher gern isst. Ich bin ja eher der Mechis-Esser. Bei Mechis bin ich ein bisschen geiler. Ich habe wohl den Long Chicken den Essen dabei, glaube ich, ganz schön. Aber das ist eigentlich auch nur wieder ein Angebot. Ich bin ja eher der Pumper Team. KFC, also ich... KFC gehe ich überhaupt ungern hin. Noch mal. Das sieht auch immer aus. Ich schau mal kurz, wo man kurz Dings kriegt. Ähm. Ähm. Hart. Drolls. Hartdorf. V. Ähm. Fliegen. Fliegen herkriegen oder warum wir es einsetzen können. Vor allem Fliegen. Das ist eine Anemonia City. Anemonia City. Ach, scheiße, ich weiß, wo es ist. Anemonia City ist glaube ich hier. die olivia city city du heilige reiten kriegen das erst die ganze rumlaufen Der Nationalpark? Oh geil. Der Nationalpark ist auch mega krass. Der Nationalpark möchte jetzt nicht schauen. Der Nationalpark ist ja. Der Nationalpark ist ja. Oh, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Komm, down, down, down! Ich hab einfach einen Binserhack. Ich komm schon, wo ist Bins? Nein, ich bin dran, 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 ich bin dran. Kannst du das weg? Nein, da war das weg, nicht sind wir dran, ich bin dran. Genau, dann weg die Zentrale aufu, oder? Ja, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. So? Was ist das? Oh, 63 auf Brache, 69. Die kann ich nicht mehr. LOL Sonderrindor. LOL LOL Volltreffer dreht nochmal an Yara. LOL Der Torgypeter zieht mit Alleingangaben. LOL Hehehehe Ich bin daneben, verdammt. Oh, Mann. So lange der Teleport einsetzt, wird meine Attacke auch immer daneben. So, der Kampf der Gigant. Wo geht denn? LOL Wie geht denn? LOL Wie geht denn? LOL Wie geht denn? LOL Wie geht die Attacke los daneben? Oh, Mann. Torgypeter. Oh, Mann. Oh, Mann. Immer wenn es alles trifft und hin geht, die Erdnergauern mal daneben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich gehe daneben. Ich gehe daneben. Daneben. Oh, er trifft mal wieder. Wow. Ich gehe daneben. Ich gehe daneben. Ich gehe daneben. Ich gehe daneben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Leute. Das wäre jetzt die Sache immer über eine Trottel hier irgendwie. Wie sie kann es gewinnen. Oh, Mann. Das wäre so gut. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Es wäre doch einfach ein ... Leute, heizt sich oder was? Okay, man. Schauen. Mann. Blitz. Kann ich... Ah, danke. Brenn. Das macht beides so angeboten. Das macht die Partei. Ja, ich hab's geglaubt. Boah, das wird zu doof. Boah, das ist gut dran. Und deckt. Ich hab's gegenseitig. Zitzen. 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 Nein, du. Blumla Auf, zurück, nach Keine Ahnung, was? City Kann ich jetzt gar nicht umgehen? Ah, ich kann doch Natürlich in der Sniper Apropos Ein Fahrrad wäre geil, aber ein Fahrrad kriegen wir auch, als wäre er gespielt, glaube ich Ab, 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 ab Geil. Wir haben eine Schicke-Gießkanne. Vielleicht zurück wieder zur Route. Geil. Mit Creek City müssen wir auch bald ankommen. Aber wir gehen dann gleich erstmal rüber. Ah, Mogulbaum. Pflanze hier nicht ein. Boah. Alles klar. Boah. Danke, hat einige runtergezahlt. Boah. Boah, ich hasse die Angst. Dann bin ich immer krank. So. 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 Oh, das ist klar, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh, das ist doch ein Tränen. Naja. Das, 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 das. Ich werde noch fahren. Ich hab doch noch was überliegt. Boah. 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 Wo vamos. Boah. Sop. Biest. Was ist denn da jetzt? Sieger-Sauger-Wettbewerb. Besonder. Boah, danke. Boah, geil, wir sind noch trafig. Hüi-Wettbewerb. Bökeh-Wettbewerb. Liebberwerb. Fertig ist der Nivea Road. D dazu, dabei schon mal ein Herz. Die Schwerwerwerwerbe. Eben, ich habe hier ein Rump-Wettbewerb. D dazu, dass dieser Nivea-Wettbewerb. Ein Rump-Wettbewerb. Das ist ein Mogelbaum. Noll, ein 20er Mogelbaum sogar. Ja, perfekt geschmeckt. Perfekt geschmeckt, gleich ein halberbein abwerfen. Stay safe! Nice. Wir haben einen Mogelbaum gefangen. Ich glaube, ich nenne die Folge Hilfe, ein Baum greift uns an. Das wäre der geilste Foligname ever. Hilfe, ein Baum greift dich an. Er greift uns an. kennelle eh, wir haben sieben Pokémon. Pflanzensaat. Pflanzensaat, ganze Set, das selbe. Tschüss, geh weg. Siedelbeere, äh, Titelbeere, äh, Siedelbeere, bitte. Was ist denn? Ja, du bist aber weg. Na, du bist aber weg. Oh fuck, die Folge ist schon fast vorbei. Ich bin doch Trink City, oder wie es heißt. Oder Trink of City. So. 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 Ich denke, wir haben hier auch eine Energie. Die Bekämpfung im nächsten Mal, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich bin der Kaffner, würde mich immer weiter freuen und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge von Death, Death, Pro, 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 Platin, äh, Hardgold. Ich bin auch im Platin-Modus, keine Besorgen. Danke fürs Zusehen und ciao.